40 Grad, hat er gesagt? Hat er gesagt. Das ist nicht von mir. Der Radius, ah verdammt. Nein, du denkst bitte an den Schwerpunkt, das S. Einverstanden? Das Auto hat irgendwie, egal wie die Karre da jetzt gefertigt ist, hätte ich fast gesagt, weißt du? Da guckt er, ne? So, weißt du? Oh Mann, ey. Das Detail, es kommt, bei den Skizzen kommt es immer auf das Detail an, weißt du? Oh Mann, ey. So.